hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge generation zero ja wie ihr seht bin ich immer noch hier in diesem wunderschönen kampfgebiet zwischen den fronten und über uns kreist den bus der sich gerade mit den sichern dauernden na dann eben und 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 Eins von drei Waffen Da oben ist bestimmt auch noch einer Kannst du mal wieder zurückkommen, bitte? So, Scheiße Ist da noch irgendwas drauf? So, sehr gut Und eine Adrenalinsputzer Und hoffen, dass der Kelb wieder zurückkommt Kann ich einfach abholen Was alle so machen würden Echt Man, 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 man Unbrust sind jetzt Ich glaube auch noch was Das habe ich nicht gesehen So hören tue ich nicht Aber Sehen halt nicht Müssen wir mal da hochgehen Ich hab noch nicht gesehen, dass die Stoffer nicht mehr Die Stoffer nicht mehr Ich glaube auch keine Stoffer nicht mehr Dann sprechen wir nicht mehr Vielleicht, der kommt nicht wieder, oder? Guck mal hier. Na, woher? Ja, komm hier. Ja, ja, komm. Hopp, hopp, hopp. Schön herkommen. Perfekt. Jetzt bleibst du mal schön hier. Hä? Geht klappt. Bleib übernehmen. Oh, so. Perfekt. Perfekt. Geht's doch nicht. Geht's doch nicht. Ist frech. Was hat er denn jetzt? Ja. Ja, ich guck's noch nicht. Ja, und noch nicht. Schau. Ja. Jetzt her, hier. 3% hat er noch. 3% Und tschüss. So, jetzt holen wir uns noch den anderen da oben. Ich muss sich auch noch erinnern. Das ist jetzt auch uns. Jetzt müssen wir noch gucken wie wir da reinkommen. Wie können wir denn hier hinein? Dass wir uns auch das gute Stück holen können. Scheiße, Mann. Gibt es hier denn nirgendwo ein Loch? Gut, hier rein. Anders nicht hinkommen. Hier ist nix weiter? Nein. Ja, auf jeden Fall läuft hier irgendwas rum. Hier kämpfen schon wieder welche. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch rausfinden und sagen, wo der Bumpel abgestocht ist. Auf jeden Fall schon mal Telefon rum. Das war auch großartig. Okay. Okay. Wtf ist das denn? Wtf ist das denn? Wtf ist das denn? Ja. Wtf ist das denn? Ja. Ja, ich gehe nach oben. Ja. Aber ich habe ihn bekommen. Ja, ich habe ihn bekommen. Das habe ich da bekommen gerade. Okay. Okay. Okay, okay, nehm ich, ist okay, nehm ich Hm, das brauchst du ihn Gut, so, wo ist er dich hin, da drückt er dich hin Also ich muss auf jeden Fall mehr an den Viecher frei Der noch, 70 Wen schießt der Genau, geil Wie ist das mal hier hinten aus? Beladen, scheiße Röwe, ey, ja weiss Okay, die sollen da drüben noch mal rein Die Spinner da drüben lassen wir erstmal in Ruhe Guck mal, wie man hier reinkommt Das ist mein Geber Guck mal, da drüben noch mal rein Der ist gut Guck mal, da drüben noch Gut, dann sind wir auch hier mal los Guck mal, da drüben noch Guck mal, da drüben noch mal rein Guck mal, da drüben noch mal rein Guck mal, da drüben noch mal rein Guck mal, da drüben noch Guck mal, da drüben noch Sehr gut Guck mal Guck mal, blatt man schon hier Okay Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt sind wir schon wieder da hin Mal wieder zurück Ich glaube es ja nicht Schauen wir mal hier Mann Scheiß drauf Der weiß, wo der hin ist Bin ich jetzt nicht hinterher Aber es will, kommt er wieder Ja, weil der hinfällt eigentlich gut Aber jetzt war doch nicht Sehr freundlich Ich glaube es ist Das ist ja so. Ja, ja, komm her, komm. Schön her, komm. Ab nie, mal was jetzt. Hi. Du siehst doch nicht, warum. So, hoffentlich war das noch im Gebiet und nicht außerhalb. Ja, es war noch innerhalb. Sehr gut. Also die bestimmten besonderen Waffen, besonderen Waffen gibt es bestimmt nur in den großen Eliteviechern. Aber ich würde sagen, da sind die Firebirds die einfachsten Gegner, die es gibt. Für mich jetzt gerade. Gefühlt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hallo. Dürfen wir rein? Mhm. FOA 53. Durchgangsprotokoll. Dies ist das Zugangsprotokoll des Schlüsselkartenlesers der unterirdischen Tür zum FOA 53. Der letzte Zutritt erfolgte durch einen gewissen S von Ulmer am Morgen des 20. Oktober. Allerdings wurde kein Verlassen protokolliert. Für die letzten Tage der Protokolls finden sich die folgenden Einträge. Okay. Das kommt, dass der kommen ist, der ist rausgegangen, rausgegangen. Dann haben wir schon gehört. Einen Quister kennen wir schon. Den haben wir schon gehört. Frau Nilsson, die kennen wir morgen. Ja. Zutritt verweigert Okay Dann würde ich mal sagen Der Herr Ulmer hat das System Gehackt Und das ist unser böser Wicht Und das ist unser böser Wicht Axelsson, das ist Ulla Ich musste von Ulmers Wichtbjörk Weil der Parking brauchte eine Spiegelung Und als wir sie verabschieden haben Ich habe es gesehen, dass es ein paar Keine, wahrscheinlich sein Haus Keine, noch in der Fahrer Ich dachte, dass ihr vielleicht Wollt wissen, dass es Keine Ahnung 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 Okay Keine Ahnung 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 Nee, das habe ich noch nicht gelesen. FOA 53. Sendungsvermerk. Dies scheint das Memo einer Verwaltungsbeamtin für eingehende Wahlen an ihrem Vorgesetzten zu sein. Borje. Borje? Keine Ahnung. Björn. Ich sag Björn. Das ist Björn jetzt. Björn. Ich habe gerade die fünfte eingehende Lieferung von Nährstoff 4 Beuteln fürs FOA 53 in zwei Wochen ausgefüllt. Dies ist eine wesentliche Abweichung von den üblichen Auftragseingängen und ich fühle mich verpflichtet, sie über diese Tatsache zu informieren. Ich weiß nicht, was für Tierversuche man dort unten durchführt, aber wenn das so weitergeht, wird dies meine Versandroutine beeinflussen. Und ich muss zumindest wissen, was in der Zukunft zu erwarten ist. Mit freundlichen Grüßen, Ellen Nordmann. Okay. Ich glaube, die haben keinen Tierversuch gemacht. Ich glaube, das sind Menschenversuche. Okay, war mir schon. Okay. Okay. Davon ist irgendjemand. Und hier fliegt schon wieder irgendwas rum. Okay, der ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Okay. Der Schlüssel zu Doktor Professor. Von Ulmer. Hä? Wenn das der Schlüssel ist. Wie ist der dann nicht da rausgekommen? Wie ist der da reingekommen? Von Ulmers Adresse und Haustürschlüssel. Der Brief wurde an Dr. Svanta von Ulmer gesendet und er erwähnt eine Adresse. Er hat keine Anschriften da lassen. Dr. Svanta von Ulmer, es freut mich, dass Sie mein Angebot endlich angenommen haben, an dem Projekt teilzunehmen. Wir sind dankbar dafür und wir können nachvollziehen, dass Sie etwas Zeit gebraucht haben, um die Dinge abzuwägen, bevor Sie sich für die Leitung einer solchen Unternehmung entschlossen haben. Auch wenn Sie in der Lage sein werden, Ihre Teammitglieder je nach Bedarf selbstständig einzustellen, wird es Sie nicht überraschen, dass Sie aufgrund der Art Ihrer Forschung unter direkter Aufsicht der FOE arbeiten müssen. Ich werde Ihr Ansprechpartner sein und die Anfragen meiner Vorgesetzten an Sie weiterleiten. Sie können es sich bestimmt vorstellen. Wir zählen auf Ihren Erfolg. Es ist großartig, dass ein Nobelpreisträger wie Sie sich für das Allgemeinwohl einsetzen und unsere zukünftige Sicherheit gegen fremde Mächte gewährleisten wird. Seien Sie versichert, dass es genau darum geht. FH PS, ich muss Sie nicht daran erinnern, dass der Inhalt unseres Gesprächs für alle, auch für Ihre Teammitglieder, streng geheim bleiben muss. Dies ist nicht verhandelbar. Okay. Also hier kommen wir erstmal nicht weiter. Aber hier ist das richtige Punkt. Hier ist das die RVR-Inlage. Wo wir rein müssen eigentlich. Leere Räume. Da müssen wir dann als nächstes hin. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, war es das erstmal wieder für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Würde mich über ein Like, ein Kommentar oder ein Abonnement freuen. Und wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Gunrock. Bye, bye.